So, weiter geht's. Was hier jetzt Sache ist, ich habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück. Das hätte ich noch ganz gerne hier. So, okay. Dankeschön, Herr Takatiki-Mann. Sehr erfreut. Die bringt mich jetzt da irgendwo hin. Aha. Ah, okay. Das ist doch ein Penner, ey. Hier unten ist der Bonus. Hier kann ich nicht weiter, okay. Immerhin schon zwei von vier haben wir. Aber ich dachte, ja, ich dachte, hier wird vielleicht noch so ein Sheriff-Stern kommen, aber kommt keiner. Hm, okay. Okay, Rantamplanbelt bitte. Irgendwas scheint hier zu sein. Kann ich den Vogel da irgendwie abschießen? Kann ich Schützen festmachen? Wir schützen festmachen. Mensch. Hört ja auch gar nicht mehr aufzubillen. Ah, okay. Das sah richtig aus. Ah. Ah, ich glaube, ich glaube, es geht jetzt hier nach links, letztendlich in die andere Richtung, weil ich hier schon zwei gefunden habe. Aber ich glaube, den Schwung schaffe ich so nicht, deswegen mache ich jetzt mal... Oh, ey. Okay, bringt mir das was, wenn ich den abschieße? Irgendwas Tolles? Ne, ne? Ich wusste es noch. Da kommt doch der Scheiß... ...Indianer. Hm, okay. Wann zuppelt das denn hier so, ey? Mensch, was soll das denn? Hm. Wie zuppelt das wieder hier so ein bisschen? Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass das hier so gewohlt ist mit diesen Grafikfehlern dabei, ehrlich gesagt. Das, äh... ...bezweifle ich so ein wenig, dass das der Fall ist. Ne. Hm. Was jetzt hier passiert, ich weiß es nicht. Ich komme da oben drauf. Wo komme ich hier durch? Ne. Komme ich denn hier wieder zurück? Hä? Die gehen hoch und runter, ne? Kann ich da irgendwie... rein? Was kann da rein? Okay. Kann ich hier? Auch, okay... Okay. Geile Sache. Muss ich ja mal ganz ehrlich jetzt sagen. Hier gibt es ein Gegenmittel, okay Das Bild stehen lassen So, dann ist es nämlich ein bisschen angenehmer Okay Und jetzt schätzungsweise in der anderen Hälfte hier Und dann werden uns ja die beiden Dalton-Brüder ausgeliefert, wenn es gut läuft Ja, 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 ich weiß, ich muss noch weiter suchen So, ich piesle mal eben ein bisschen hinter dem Stein Fällt ja keinem auf, ne? Okay Moment, hier dürfen wir erst rüber, wenn wir Wenn sie schläft, genau Dann dürfen wir springen Falls ihr das noch nicht bemerkt habt Okay Oh Noch gut reagiert Ein bisschen Glück gehabt Mit guten Reflekten Wie man das hier in 1 Live so schön sagt bei uns Da habe ich schon wieder irgendwas gehört Ich wusste es Den Penner da Warten hier, bis wieder alles okay ist Okay Hallo Ja, ich habe die schon gesehen Das wollte ich mir gerade mal eben holen hier Alles andere geht hier gar nicht an Moment Ich werde auch oft gestört hier heute, ey Mensch, Mensch, Mensch Wow Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber gut Nein, auch nicht Aber wir haben schon genug Münzen Für ein neues Passwort Das ist schon mal das Wichtigste Okay Ich werde das schon wieder sehen Mit dem Stein da, ne Da ist doch irgendwas hinter wieder Indianer Ich wusste es Ein Indianer-Opa Verstehe ich mich mal Gut Aber irgendwie kriege ich noch keinen Checkpoint hier, glaube ich Ich habe bis jetzt noch keinen Checkpoint bekommen Wolke, okay Gucken, wo die mich hinbringt Okay Weit hinaus Sehr geil Okay Kriege ich jetzt aber bei der Suche nach dem Totem nicht weiter Ne, hier komme ich so aber auch nicht drauf Hm Das ist ja nett von Ihnen Hey Tiki, Mann Aber Da hinten kommt wieder Haha Hallo Ach jetzt Ach, das ist jetzt eine andere Wolke Oder wie Anscheinend Das ist eine andere Macht der jetzt abwechselnd die Wolke Oder was ist jetzt los Ich glaube es fast Ja Was ist das für eine Wolke Ah, okay Heiltrank Okay Hm So Tiki, Mann Was ist jetzt hier Sache Was ist hier jetzt los Hier kann ich jetzt noch hier wieder rüber Schön Dann komme ich hier zurück Also ich davon erweise ich nicht so ganz Aber ich komme jetzt zurück Darauf ist noch Geld Was ist hier Komme ich hier drauf Okay Starre die Wand an Okay Heiltrank Hm Ich verstehe jetzt nicht so ganz Wie ich jetzt hier weiter herkomme Tiki, Mann Was ist los Mach mir mal bitte die Wolke Genau Dankeschön Ich werde halt auch wieder hier rüber gebracht Okay, aber Da unten ist noch was neues drauf Kann das sein Da war gerade noch irgendwas drauf Nein, ich hätte da irgendwas gesehen So Jetzt komme ich hier rüber Ich komme da nicht drauf Ganz ehrlich Ich komme da nicht drauf Der macht mir auch wieder diese Wolke hier Ne, da ist auch eine unsichtbare Wand Da komme ich nicht hin Wie die Wolke wollte ich nicht Ich möchte hier andere Wolke haben Die nach rechts führt Genau Nein Dankeschön Ganz ehrlich Leute Ich habe keine Ahnung Das ist nichts neues Aber Da oben noch was drauf Glaube nicht Ich kann auch mal gucken Aber Ich glaube es nicht Ich gehe jetzt noch mal hier zurück Zur Mitte Vielleicht muss ich auch einfach wieder zurück Und das ist das Rätselslösung Ich weiß es nicht Ja die beiden fehlen noch Ich weiß Ich schaue mal ein bisschen Offscreen Ob mir irgendwas auffällt Leute Weil das hat jetzt so keinen Sinn Also dann Bis später Moin Willkommen zurück Das klang gerade wie Ein neuer folgenbeginn Und zwar Habe ich mal ein bisschen geguckt Hier Und ich habe mir Gedacht Nach so ein paar Runde Guckereien Die erfolglos waren Ne die will ich nicht Ähm Ja Dass man vielleicht Zum Teil einfach mal Das so machen kann Dass man sagt Äh Dass Zucchini nach uns geschmissen werden Nein Kakteen Nein Kakteen Stücke Ähm Dass wir Wenn der eine Sagen wir mal Der eine Tiki Mann Schon zwei verschiedene Wolken Formen hat Dass dann der andere Ja vielleicht auch welche haben kann So Ähm Ja Halt deine Borussia Dortmund Spieler gefangen Jürgen Klopp Ist okay Ich finde es auch manchmal interessant Dass das Bild hier so Nachzieht Verstehe ich auch nicht so ganz Oh jetzt ist sie wieder wach Jetzt müssen wir eben kurz warten Okay Ich gehe jetzt einfach mal Hier wieder ganz rüber Ich weiß es ja nicht Vielleicht kam da ja noch irgendwas Bin ich da Hm Das war glücklich Hat mir nicht geschadet Obwohl es mir eigentlich hätte schaden können Hm Okay Hier ist aber auch nichts Ach das war diese Kackstelle hier Aber da ist wieder Wasser rechts Also das mit den Bildfedern Ist glaube ich auch ehrlich gesagt Nicht so ganz Sinn und Zweck der Sache Aber was soll man machen Kann ich hier irgendwie stehen auf der Plattform Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Ich glaube jetzt müssen wir einfach wieder zurück Das sah lustig aus Hing ja in dem Ding drin Bin ja nicht wirklich hier gestorben Eigentlich Es ging Oder? So Und jetzt Ja isst du mal den Schmetterling So Okay Jetzt haben wir sie beide ja quasi Und es kommt ein Bonuslevel Yay Ist dann wieder geschossen werden Ich weiß nicht wie viele Münzen wir hatten Aber ich möchte auf jeden Fall Wieder ein Passwort verdienen Es gibt hier aber auch nicht in dem Sinne Strafpunkte Also Okay Von den teuren habe ich wieder keine getroffen Irgendwie Spannend Das kann man auch besser machen glaube ich Aber na jo So Okay Das habe ich mir hier gerufen Okay Sehr gut Jo Ich glaube Ich versuche es halt einfach Ich möchte halt nicht zu viel ausgeben Damit es hinterher nicht heißt Hier Ja du hast kein Geld mehr Für ein neues Passwort Und so Das wäre echt ein bisschen schade Deswegen Weiter Du hast mich imperferien Und so Dann